Der blutigste Aufstand in der Geschichte Kaliforniens. Die schwersten Urheuzeiten unserer... Drei Minuten. Mach sofort den Schiff auf! Oh, der ist ja schön. Den wollen Sie nicht. Genau den will ich. Leute, auf den Boden! Ich muss jetzt telefonieren. Hallo? Wie kann ich helfen? Langsam, Leute, wir helfen euch allen. Weisen Sie Ihre Mitgliedschaft nach und los geht's. Das Artemis ist eine geheime Klinik für Kriminelle. Ich dachte, Sie hätten damit abgeschlossen. Ich war ausgestiegen, aber Sie wissen ja, wie es ist. Man ist nie draußen mit dem Kopf. Ich dachte, diesen Ort gibt es gar nicht. Wir sind seit 22 Jahren hier. Dieses Krankenhaus ruht auf zwei Grundsätzen. Vertrauen. Und Regeln. Siehst du den Ausweis? Das bedeutet, ich gehöre zum Pflegepersonal. Sie sind Waffenhändler, oder? Heiz mich bitte nicht, Baby. Du solltest das lassen. Ich bin zwar Profi, aber diese Frau kommt echt zur Sache. Wenn du wüsstest, was sie dir allein mit dieser Kaffeetasse antun kann. Ihr Glück, dass es hier Regeln gibt. Das Artemis ist für uns nicht mehr sicher. Und zwar deswegen. Das ist ein tragbarer Safe. Rund 18 Millionen wert. Wolf King will das ganz bestimmt zurückhaben. Klar, ist ein echtes Problem. Er ist hier. Machen Sie das Gitter auf! Das ist gegen die Regeln. Regeln? Wo wärst du, mein Engel? Ohne Gesetzesbrecher. Hast du einen Plan? Du bist mein Bruder, gehörst zu mir. 3D-Druck abgeschlossen. Ich habe sowas ähnliches. Eine Waffe. Jetzt ist der Tanz aber vorbei, Kleine. Showtime. Hier oben ist Kriegsgebiet. Wie komme ich hier raus? Zusammen schaffen wir es. Das ist mein Job. Besuchszeit gibt's hier keine. Heftige Nacht im Artemis. Ihr solltet vielleicht mal Duftkerzen kaufen oder sowas, denn es riecht, als wäre hier jemand gestorben. Ist so. Ciao. göra거야. Find yourself. Tschüss. Toll. Hong Kong. Toll land. Which目его to do now substantiöiter55-4.... Untertitelung des ZDF, 2020